Kann ich euch helfen? Habt ihr die Explosion gesehen, die ich verursacht habe? Ich muss 10 Zoll in die Höhe geflogen sein. Jetzt muss ich nur noch an Zansils Rezept kommen, damit ich herausfinden kann, warum das passiert ist. Einer von Zansils Lakaien in den Ruinen von Aboras muss es bei sich haben. Begebt euch nach Osten zu der Küste des Kaps und ergattert es für mich. In fort, in fort! Untertitelung... Das war's für heute. 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 Das ist faszinierend. Denkt nur noch an die Anwendungsmöglichkeiten. Nochmals vielen Dank, mein Freund. Denkt daran, wenn wir jemals etwas zusammengemischt haben möchtet, ganz gleich, worum es sich auch handelt, den Kolben vertraut mit eurer Kraut. Alles klar, schön.